Das ist ja mal eine beschissene Position hier, Alter. Wow, Spinne! So, Spinne tot. Hexe? Hat sie mich schon gesehen oder noch nicht? Ah doch, die hat mich auch schon gesehen. Okay, egal. Krieg ich jetzt mal weiter. Wir werden uns mal unsere Waffen zur Hand nehmen. Und schlagen die Hexe um, ey. Boah, der ging voll daneben. Der Schlag, egal. Die Hexe ist tot. Spinne. Spinne hat auch zwei Pfeile in den Arsch geschossen bekommen von mir. So, machen wir das Spinneneier mitnehmen. Search Goat, ja. Lecker. Ah, Tragedy in Black. Enchanting increased to 31. Ah ja, verzaubern auf 31 verbessert. Oh, gut. Nehme ich immer mit. Arcan Enchanter. Trollfett. Use Arcan Enchanter. Machen wir doch mal. Dann tue ich nämlich meine Stahlgundlets. Kenn ich schon. The Enchantment on this item is already known. Aha, okay. Ring of Archery. Both do 20 more damage. Ja, schön, nett. Nice. Nice, nice. Okay, very nice. Sehr schön. Was gibt's hier oben? Nix. Kann ich nicht malen, sammle die Scheiße. Okay. Das war die Hexe. Die Hexe und die Spinne. Spinne, Spinne, Spinne. Jetzt bleibt uns nur noch eine Hexe übrig. Da waren's nur noch eins. La 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 la. Es ist so dunkel. Ich will's heller haben. La la la. Es ist so dunkel. So dunkel. It's so dark inside. Die Spinne. Die haben wir ja von oben gekillt. So geil, episch geil abgeschossen. Kann ich hier eigentlich auch mal wieder was mit meinem Zaubersprechen machen. Kann ich auch mal wieder ein bisschen trainieren, Alter. Machen wir die Hexe mal mit Zaubersprechen Platte. Mach mal ein Save. Ich hab zwar nur 170 Mana, aber egal. Ein bisschen müssen wir ja auch trainieren. Was ist das denn? Was ist das denn? Sicher so ein kleines Z-Achsen-Bug. Mini-Bug. Mini-Z-Achsen-Bug. Nein, Pilze in der Mitte. Pilze sind immer gut. Eine fette Spinne! Wartet auf ihren Tod. Eine fette Spinne, ey. Ey, was du kannst, kann ich so langen, ey. Warte. Okay, jetzt verbrennen wir sie, ey. Jetzt holen wir sie Platte, ey. So, Totbisch. So, Eisreftief haben wir auch eingesammelt. Schön, gut. Weil das Eisreftief ist auch ziemlich selten. Oder kriegt man halt nicht so oft. Und da haben wir ja sogar noch eine Ancient Chest. Juniper Berries, ja, nicht schlecht. Das ist nur eine Schneebären. Horror of Castle XYZ Destruction Increased auf 30. Wow, nicht schlecht. Klavides, da geht es um zwei Personen. Klavides und Anara. Und um ein Entschloss, das anscheinend... Naja, kommt, ne mit. Slotofish Scales nehme ich mit. Slotofish, das Ei nehme ich auch mit. Die leeren Weinflaschen will ich nicht. Das Fass ist leer. Was liegt hier? Gift und... Damage Magick 1. Fui. Reinhardt. Zu billig. Ja, gucken wir mal, was in der Ancient Chest denn da schön drin ist. Ein Elfenschwert. Hm, nice. Nicht schlecht. Macht schon 16 Schaden. Glenn Moralvich, eine Hexe. Oh, eine Hexe, die wir getüttet haben. Und somit haben wir das Dungeon auch gecleared. Also hier noch ein paar Pilze, die will ich noch mitnehmen. Lass mich dann auf. Alter. Läscht du mich jetzt hier hin? Zum Pflücken. Ich brauche Zutaten. Okay. Das war's jetzt, oder was? Das war jetzt das Cave hier, oder was? Das war jetzt echt das Cave, oder was? Oder wie, oder was? Oder wie, oder was? Glenn Moralcoven. Ja, und wieso steht nicht dran, dann, dran, cliart? Wieso kommt der Sound nicht? Komisch eigentlich hier, ich hab's eigentlich gecleared. Es ist keine, kein Gegner mehr da. Eigentlich kommt dann doch immer ein Ton, wenn man was gecleared hat. Ja, gut. Vielleicht kommt der ja noch, wenn man zurücklaufen. Die komische Musik immer, wenn man was gecleared hat. Gling, irgendwie so, macht's. Ding, ding, ding. Nicht, ding, 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 macht's nicht, aber. Narnia's Router, okay, nehm ich mit. Jo, das war das Cave. Das war Glenn Moralcoven im Schnelldurchgang. Können wir raus, endlich, und Codilek Bescheid sagen, dass wir den Kopf errungen haben. Und hier die alle Hexen dafür auch sogar noch bestraft haben. So, die Aufgabe 100% erledigt haben, sozusagen. To Skyrim. Ähm, ich drück eh, lol, ich muss einfach rauslaufen. Tap. Mei, bin ich heut blöd. Mei, bin ich schon wieder blöd. Ja, ein Autosafe gibt's natürlich auch noch. Gut, dann gehen wir nach Wildrand zurück. Mehr hab ich jetzt eigentlich auch nicht hier Lust, großartig nur rumzurennen. Hier vielleicht noch ein bisschen ins Gebirge hoch. Local Map. Local Map. Achso, ja, ich wollte ja hier Fort Sun Guard, wollte ich noch mitnehmen. Und Rorix, das wollte ich auch noch mitnehmen. Jetzt hat die Frage, wie ich da jetzt, also Fort Sun Guard, das nehme ich noch schnell mit. Balgal, Schmein, teleportieren wir uns da schnell hin. Ich hoffe mal, dass ich, naja, es kann gut sein, dass jetzt ganz woanders rauskommt. Den Helm, den ihr da gerade seht, das ist ein Glass Helm, sozusagen Glass Helm. Das ist das Beste, was ihr an leichter Rüstung bekommen könnt. Ich setze mir jetzt den Makel hier auf der Fort Sun Guard da. Nach Norden, aber ich kann hier nicht nach Norden. Ich muss, deswegen muss ich erstmal hier nach Osten, oder? Ja, ich muss erstmal nach Osten und dann nach Norden. Können wir die zwei Dinger da oben auch noch schnell mitnehmen, oder nicht? Das ist jetzt die Frage. Ich ziehe lieber mal meine Waffen, man weiß ja nie. Was einen so erwartet. Fette Camps erwarten da einen. Ein paar fette Camps. Habe ich da irgendwas gehört? Oder gesehen? Auch nicht. Und dachte nur, weil es so ziemlich steil bergab geht. Das Käfig ist bestimmt auf der anderen Seite. Ich höre irgendwas. Ein Bär. Ja, Bär kommen. Komm, Bär. Scheiß Bär, komm her. Boah, geil. Boah, geil. Dem Bär, dem habe ich es mal richtig gegeben, ey. Im Schnelldorf, dem Bär gekillt. Also, Bären sind auch nicht so allzu schwer. Schaffen wir auch schon gleich gut. Machen wir auch schon ziemlich gut platt. Ja, jetzt kommt Utgert. Jetzt, wo der Bär tot ist. Kommt schon ein bisschen spät, Utgert. Muss ich hier außen rumlaufen? Nein, bitte nicht, ey. Oh, Mann. Wie nervig, ey. Gleich speichern, ey. Boah, da gibt es aber viele Gegenden hier. Viel Zeugs, was ich noch nicht auf Vorstaffel. Gleich mal die Hütte mitnehmen hier. Die vor uns liegt. Gleich mal die fette Hütte mitnehmen. Fistel, Tistel mitnehmen. Fistel, Tistel mitnehmen. Tistel, Mistel. Fistel, was ich ständig. Hunter's Rest discovered. Aha. Schöne Bude. Schöne Bude. Da schlafen zwei Jäger. Dann lassen wir die mal schlafen, ey. Lassen wir die mal pennen. Lassen wir die mal in Ruhe hier schlafen. Die wiegen sich gerade in ihren Schönheitsschlaf. Lalalala, fallara, fallara, fallari. Und wo ist das blöde Cave jetzt? Wo ist das Nest? Wo ist das Loch, wo ich hin will? Most Mother Cavern. Aha, okay. Waldo. Da steht ein NPC draußen. Hallo, du hier. Over there, I need your help. Please, I'm not sure, I'll make it on my own. Ja, gosh, halt nicht. Komm später. Ich hab jetzt keine Zeit für dich. Keine Zeit, keine Zeit, keine Zeit. Keine Zeit, keine Zeit. Keine Zeit, keine Zeit. Keine Zeit jetzt. Zack. Erforschen. Hier noch alles einsammeln. So, zack. Mora Tapinella mitnehmen. Rote Blumen mitnehmen. Hier gibt's auch noch Fettzeugs zum Mitnehmen. Ja, jetzt kann ich nach White Run eigentlich zurückgehen. Jetzt hab ich hier echt alles sozusagen aufgedeckt. Oder gibt's noch irgendwas? Was vielleicht interessant wäre? An die Mühle davon vielleicht noch das Dings mitnehmen. Das Wasserwerk da oder was auch immer das da stellen soll. Das können wir auch noch schnell mitnehmen. Dann hab ich das Ding auch erforscht. Geh halt dann nicht nochmal hin. Half Moon Mild ist covered. Genau, da könnt ihr hier eure Waffen verbessern. Hier könnt ihr auch Holz hacken, wenn ihr Bock habt. Wenn ihr eine Holzpfeiler-Axt dabei habt. Ein großes Gebiet, dieser Half Moon Mild. Ein Sägewerk. Und was gibt's hier in dem Haus? Die Fleisch, Fleisch, wo ist Fleisch? Rasen, aha. Hier wurde Essen hergestellt und scheint. Da gibt's noch irgendwas. Gibt's noch irgendwas zum Entdecken. Er kommt dann schon mit der schnell rüber. Aber ich dachte, das wäre mir blöder. Schwimm ich da schnell rüber. Zum Stein, das ist irgendein Stein. Den nehme ich natürlich auch noch mit, wenn ich schon da bin. Aber Speiern, weil immerhin so blöden Stein, da sind meistens immer irgendwelche Gegner auch in der Nähe. Wurde es hier jetzt kein Gegner. Sieht noch nicht so aus. Wie sieht das ganze Sache von oben aus? Da drüben den Turm, den kann man dann auch noch schnell mitnehmen. Der Lady Stone. Aktivate the Lady Stone. Schauen wir mal. Those signs under the sign of the lady regenerate health and stamina more quickly. Also, HP und stamina werden schneller aufgeladen. Da will ich jetzt nicht unbedingt brauche ich nicht unbedingt. Obwohl stamina, schneller stamina aufzuladen ist auch nicht schlecht. Ja, ich bin ganz nett. Ich gehe nicht mehr darüber. Da war doch gerade ein Fisch. Ah ja. Hab ich es doch nicht gesehen. Schlachterfisch. Ein Schlachterfisch, der geschlachtet werden will. Fliegen oder irgendwas. Das kann man jetzt für Dragonfly. Okay, eine habe ich gefangen. Eine Fliege habe ich gefangen. Eine Dragonfliege. Drachenfliege. Gehen wir da schnell rüber. Dann nehmen wir das auch noch mit. Dann habe ich das auch erforscht. Ilinathas Dieb discovered. Schön. Schön. Stephen. ruim. Schön. Immer kurz ich dir.